Ja hallo, ich bin Michel Sperlich, Geschäftsführer von Online Design. Wir sind eine Agentur, die sich spezialisiert hat auf Online-Shop-Lösungen für unsere Kunden und wir setzen seit einiger Zeit Nosto ein als Empfehlungs-Marketing-Instrument. Was ich natürlich ganz toll finde, dass Nosto eigentlich ein sehr innovatives, modernes Unternehmen ist und damit auch ein Puls der Zeit ist. Ansonsten zur Partnerschaft mit Nosto kann ich sagen, dass das System für uns als Agentur halt unheimlich schnell, flex-label und einfach einsetzbar ist in den Shops. Das heißt also, der Integrationsaufwand ist relativ gering, man ist sehr schnell einfach schon live und kann dann auch schon in ganz kurzer Zeit dem Kunden sagen, was hat sich verändert, welche Mehrwerte hat er, wo hat sich die Conversion-Rate verändert und zum Glück kann man hier sagen, in den meisten Fällen oder eigentlich in allen Fällen immer zum Positiven und so kann man eben auch ganz einfach Warenkorbabbrecher ansprechen oder Follow-up-Mails machen. Sachen, die die Kunden in der Regel gar nicht so auf dem Schirm haben oder gar nicht aktiv nutzen, aber man ist wirklich nach wenigen Tagen da einsatzbereit und kann bereits Ergebnisse liefern und das unterscheidet, denke ich mir, Nosto auch ein bisschen von anderen Systemen. Die sind in der Integration immer ein bisschen schwerfälliger, aufwändiger. Nosto ist auch bei uns an Partnern immer sehr eng dran. Das heißt, wir werden eigentlich immer viel und rechtzeitig über alles informiert. Es gibt kurze Wege und das ist natürlich wichtig.